Ich bin schneller! Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt, wir sind. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird unser Alltag hier zu kommen. Hey, was ist das, was du machst? Zeck mal los. Cool. Bist du richtig im Verein? Ja, schon drei Jahre. Muss man dafür auch irgendeine Prüfung machen? Ja, ich mach voll mein erstes Wort. Cool. Alles klar bei dir? Das ist so geil. Hi. Das ist voll cool geworden. Zeig mir mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist voll gestorben. Das ist voll gestorben. Das hat doch voll gestorben. Das ist voll gestorben. verkackt Wie bist du denn drauf? Komm mit, ich muss euch was zeigen Da ist ein Typ, den kenne ich Der ist sau gefährlich, richtig brutal Wen meinst du denn? Hat er uns gesehen? Wo ist denn der Lichtschalter? Wartet mal, ich hab ne Taschenlampe am Handy Mensch, wir müssen hier weg Die Tür ist abgeschlossen Die ist auch zu Da vorne ist auch Schnell hier rein Was ist das denn hier für ein Chaos? Psst, leise, er kommt! Schnell, Licht aus, Tür zu! So ein Mist! Das Licht geht nicht an! Lauter Theaterzeug Da ist ein Scheinwerfer Vielleicht kann man den ja anmachen Der hier geht auf! Mist, hier ist kein Netz! Aber ich kann das nicht haben, wenn es dunkel ist Hier, vielleicht hilft dir das? Ja, danke! Ja, danke! Oh! Psst! Seid mal still! Ich hab nix gehört! Was ist das eigentlich für ein Typ? Jetzt sag doch mal! Ja! Ich glaube der Kerl, der sucht mich Vor zwei Jahren Da haben die mal meinen Bruder angeführt Er konnte zwar entkommen, aber seine Albträume sind immer noch geblieben Vielleicht versuchen sie es jetzt wieder mit der Erpressung Aber dann hätte er uns um die alle eingeschlossen Ach, Lea! Du bist so gekoppelt geworden! Was ist, wenn du uns hörst? Der Tüter ausmachig! Fertig! Mit dem kannst du dich nicht erlängen Er ist viel stärker als du! Woher willst du das denn wissen? Er ist mein Vater! Was? Ja! Der ist halt mein Vater! Was ist los? Meine Eltern sind geschieden Der darf keinen Kontakt mehr mit uns aufbauen Er hat uns immer geschlagen Aber er abzitiert nicht die Kontaktsperre Aber wenn er doch dein Vater ist magst du ihn dann gar nicht mehr? Er hatte was mit einer anderen Frau Er hat alles kaputt gemacht Er kann mir gestohlen bleiben Gut, wir können hier raus! Mama, kannst du mich bitte abholen? Weil wir waren gerade im Keller eingesperrt Und... Kann ich mich zu euch kommen? Kalina, mitkommen bitte! Ihr Bus ist schon weg! Danke! Der Hausmeister hat mich angerufen Der hat euch gefunden Wo wart ihr denn? Mein Vater war da Wir haben uns versteckt Um deinen Vater brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen Der war heute Morgen schon wieder an der Schule Da hab ich die Polizei gerufen Und die haben ihn festgenommen Komm, jetzt geh mal deine Jacke holen Jetzt hast du Ruhe Jetzt hast du Ruhe 세ht bitte ... Auf her Ich bin immer fertig Ich bin immer fertig Ich bin immer fertig Vielen Dank.